Mein lieber Mann, immer wenn man glaubt, man hätte schon alles mögliche auf den Wetterkarten gesehen, dann wird so eine Wetterkarte rausgehauen. Die stammt vom deutschen Wettermodell Icon. Heute Vormittag um 6 Uhr berechnet, der 6er Lauf Weltzeit ist das gewesen. Und das sieht wirklich sehr, sehr dramatisch aus. Das sind alle Spitzenböen aufsummiert, die wir erwarten können bis zum Samstagmittag. Und wir sehen hier in einem Bereich von Sachsen über die Mitte des Landes bis nach Hessen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Rheinland-Pfalz, da drohen zum Teil auch in tiefen Lagen Orkanböen bis zu 130, teilweise 140 Kilometer pro Stunde. An der Nordsee volle Orkanstärke bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Das verbunden mit mehreren Sturmfluten und insgesamt im Norden und im Süden ein sehr hohes Potenzial für Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde. Eine sehr, sehr brisante Wetterlage. Ob es tatsächlich so kommt, wie hier dargestellt, ist aber noch dahingestellt. Das ist aktuell nur eine Momentaufnahme. Aber auch diese Momentaufnahme zeigt, da ist ein sehr, sehr hohes Sturm- und Orkanpotenzial vorhanden. Ab der Nacht zum Donnerstag bis weit in den Samstag hinein. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Und mit diesen Stürmen kommt auch sehr viel warme Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Der Februar ist mittlerweile schon 3,5 Grad wärmer nach den ersten 13 Tagen im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Und momentan haben wir eine mittlere Temperatur von 3,9 Grad. Und der Monat ist auch schon relativ feucht gewesen. Es gab 37 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und das entspricht schon 79 Prozent vom gesamten Niederschlag soll für den Februar. Der Monat war also deutlich zu nass. Und gerade diese Nässe, die könnte bei dem Sturm zu einem Problem werden. Das Erdreich ist aufgeweicht. Die Bäume haben kaum noch guten Halt. Und wenn dann der Sturm reindonnert, dann können natürlich die Bäume viel leichter umstürzen. Zudem gab es bisher 32 Sonnenstunden. Und damit ist das Monat soll zu 44 Prozent erfüllt. Zwei ausgewählte User-Kommentare habe ich auch heute wieder mitgebracht. Bernd Müller schreibt, die Sturmserie wird wohl noch länger andauern durch die stramme Westwetterlage, die sich kaum verändert. Ja, da hat Bernd Müller sehr wahrscheinlich recht. Auch nach Samstag geht es sehr stürmig weiter bei uns in Mitteleuropa. Da kann es wahrscheinlich noch das ein oder andere Sturmtief geben. So schnell kommt da wahrscheinlich keine Ruhe rein in die Wetterküche. Und Günter Falkensteiner hat eine kurze Frage. Er fragt, ob es auch eine Sturmwarnung oder Orkanwarnung für Österreich gibt. Ja, die gibt es auch für den Alpenraum. Für ganz Österreich müssen wir mit schweren Sturmböen rechnen. Ab Donnerstag bis zum Wochenende und in den Hochlagen der Alpen natürlich auch mit Orkanböen von teilweise 150 bis 200 Kilometer pro Stunde auf den Alpengipfeln. Da kann es dann wirklich richtig zur Sache gehen. Aber dort oben ist man sowas eigentlich immer wieder mal gewohnt. Aber auch unten in den Tälern, da muss man sich auf einen schweren Sturm einstellen. Hier mal die Entwicklung der Spitzenböen in den nächsten Tagen. Und wir sehen hier immer wieder diese Windspitzen von teilweise bis zu 80, 90, 100 Kilometer pro Stunde werden noch nicht ganz erreicht. Das ist aber auch erstmal nur die Prognose für den Westen Deutschlands. Da ist es noch relativ entspannt, muss man sagen. Im Rheintal unten sind das die Böen, die da berechnet werden. Und im Grunde zeigt diese Grafik, es geht sehr ruppig weiter über mehrere Tage hinweg. Und auch danach ist das Sturmrisiko noch nicht ganz gebannt. Wir blicken auch mal auf die Temperaturen für die Mitte des Landes. Und zwar die 2-Meter-Temperaturen bis zum 2. März mittlerweile schon. Und da muss man ganz klar sagen, Winterwetter ist da nicht mehr in Sicht. Im Verlauf dieser Woche teilweise bis zu 15 Grad. Danach ein klein wenig Abkühlung. Aber insgesamt bleiben wir auf dem Niveau so um die 10 Grad bis zum 2. März. Hier und da gibt es mal einzelne Läufe, die gehen ein bisschen in den Frostbereich. Aber es sind eben nur die Ausreißer. Und ab und zu ist da auch mal in der Mitte des Landes Niederschlag mit dabei. Wir schauen mal genauer hin. Wann erwarten wir diese Sturmfelder und diese Orkanfelder bei uns in Deutschland? Das hier ist die Entwicklung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die frühen Donnerstag-Morgen-Stunden berechnet nach dem deutschen Wettermodell. Und wir sehen hier besonders im Westen, aber auch hier in der Mitte Böen um die 100 bis 120 Kilometer pro Stunde. Die 120 eher in den höheren, mittleren Höhen lagen ab 500, 600 Metern. Und hier auf der Nordsee auch schon der erste volle Orkan, der zu sehen ist, bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Aber auch hier im Nordosten und im Osten immer noch zum Teil Sturmböen bis zu 70 oder 80 Kilometer pro Stunde. Wir schauen mal ein bisschen weiter und zwar Richtung Donnerstag Mittag. Und da breitet sich der Sturm weiter aus, fast über ganz Deutschland. Dann so Böen in der Spitze um die 90 bis 100, teilweise 110 Kilometer pro Stunde. In mittleren Lagen um die 120 und in den Hochlagen bis zu 160, teilweise 170 Kilometer pro Stunde. An der Nordsee weiterhin voller Orkan bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Die Sturmflutgefahr bleibt hier extrem hoch. Und der Blick Richtung Freitag. Und dann kommt eben dieses Randtief vorbeigezogen. Vielleicht. Das zumindest ist die aktuelle Prognose. Die Momentaufnahme vom deutschen Wettermodell berechnet mit dem 6 Uhr Lauf. Wir sehen hier dieses Randtief einmal mit dem Zentrum über Norddeutschland ziehen. Und an seiner Flanke hier, da kommt es zum Teil zu einer starken Windentwicklung. Da sind sogar Böen möglich von Nordrhein-Westfalen bis nach Hessen. Teilweise bis nach Rheinland-Pfalz in der Spitze um die 130 bis 140 Kilometer pro Stunde. Und das bis ganz runter bis in tiefe Lagen. Und auch der süddeutsche Raum insgesamt bekommt zum Teil Orkanböen ab. Nur hier der Nordosten, der bliebe auf der etwas ruhigeren Seite. Denn hier würde quasi das Sturmzentrum vorüberziehen. Aber nach Abzug müsste man auch hier im Osten, im Nordosten zum Teil mit einzelnen schweren Sturmböen bis hin zu Orkanartigen Böen rechnen. Da ist also ordentlich viel Potenzial mit im Spiel nach der Berechnung vom deutschen Wettermodell. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach dem amerikanischen Wettermodell. Und auch das amerikanische Wettermodell sieht zum Teil schweren Sturm. Besonders hier in der Mitte und im Norden des Landes 100 bis 120 Kilometer pro Stunde. In den Hochlagen auch 150 bis 170 Kilometer pro Stunde. Und auch hier im Süden gibt es einzelne Sturmböen um die 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Wie geht es danach weiter? Wir schauen rein in den Donnerstag auch nach dem amerikanischen Wettermodell GFS. Und da nimmt der Wind zum Donnerstagabend auch nochmal deutlich zu. Der Schwerpunkt dort aber in Norddeutschland von der Nordsee über Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Böen um die 110 bis teilweise 130 Kilometer pro Stunde. An der Küste der Ostsee, aber auch an der Küste der Nordsee. Und vor allem an der Nordsee sind auch teilweise bis zu 150 Kilometer pro Stunde möglich. Weiter nach Süden immer noch schwerer Sturm mit Böen um die 100 Kilometer pro Stunde. Ja und jetzt auch hier mal der Blick auf den Freitag. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus als beim deutschen Wettermodell. Beim deutschen Wettermodell zieht das Randtief deutlich weiter südlich. Da ist es weiter nördlich und da würde eher hier der Norden und Nordwesten gestreift werden von den zum Teil heftigen Orkanböen um die 120 bis 140 Kilometer pro Stunde im Nordwesten des Landes. Und das Ganze würde dann einmal über Teile Deutschlands hinwegziehen. Also die Modelle sind sich schon einig, da ist sehr viel Potenzial dabei für einen besonders schweren Sturm, für mehrere schwere Stürme. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, im Verlauf des Donnerstagnachmittags und Freitagabend zum Samstag hin. Drei Stürme hintereinander. Wahrscheinlich merkt man gar nicht so richtig, wann da eine geht und wann der nächste nachkommt. Das geht so ineinander über und mit diesen Stürmen kommt eben auch sehr, sehr milde Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Das sind mal die tiefsten Temperaturen am frühen Donnerstagmorgen, teilweise bei 10, 11, 12, vielleicht sogar 13 Grad. Und das Frühwerte für einen Februarmorgen, das mag man kaum glauben. Das sind teilweise im März nicht mal die Höchsttemperaturen, die da nachts im Februar in dieser Woche zu erwarten sind. Ja und wie geht es danach insgesamt weiter? Wir schauen mal Richtung Ensemble-Prognosen für den Norden des Landes bis zum 2. März. Es bleibt mild und das bis zum Monatswechsel. Nur ab und zu gibt es einzelne Berechnungen, die gehen mal runter, ein bisschen in den Frostbereich, aber es wird auch ziemlich nass sein. Mit dem vielen Wind und den Sturm- und Orkanböen gibt es auch im Norden immer wieder Regen. Und wir schauen nach Süddeutschland, auch hier eine ähnliche Wetterentwicklung in dieser Woche, teilweise 13 Grad, 14 Grad vielleicht auch. Danach ein klein wenig Abkühlung, aber dahinter schon wieder der nächste Wärmeberg mit Temperaturen von teilweise über 10 Grad. Da gibt es sogar einzelne Berechnungen über 15 Grad, aber eben auch ein paar Ausreißer hier unten im Frosting-Bereich. Aber das sind eben nur Ausreißer und das Mittel, die rote Linie bleibt deutlich weiter oben und immer wieder sind auch hier Niederschläge mit dabei. Und wir blicken nach Ostdeutschland, auch hier keine große Wetteränderung. Sehr milde Luftmassen erreichen auch den Osten des Landes. Temperaturen 10 bis 13 Grad in dieser Woche. Nächste Woche ein bisschen kühler, aber danach steigen die Werte schon wieder an, auf Werte um die 10 Grad und darüber. Und immer wieder sind auch im Osten Niederschläge mit dabei. Und last but not least der Blick in den Westen des Landes. Auch hier eine sehr milde Wetterwoche. Immer wieder kratzen die Temperaturen an der 15 Grad Marke. Und auch danach bleibt es mild bis zum Monatswechsel. Auch hier ein Ausreißer von über 15 Grad, 16, 17 Grad. Temperaturen unter 0 Grad werden hier für den Westen kaum berechnet. Viele Wolken, immer wieder Regen, vor allen Dingen anfangs. Und da ist eben auch das Sturmpotenzial in den nächsten Tagen von Donnerstag bis Samstag mit am höchsten. Die Wetterlage, sie bleibt also weiterhin sehr brisant. Da ist wirklich was zu erwarten in Sachen Sturm und Orkan. Aber wie heftig das Ganze ausfallen wird und wo der Schwerpunkt liegen wird, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht genau vorhersagen. Gerade bei diesen Randties, bei diesen Schnellläufern kann sich das nochmal bis 24, bis 12 Stunden vorher nochmal ändern. Deswegen behalten wir für euch hier natürlich die Wetterlage gut im Blick. Auf jeden Fall sollte man sensibilisiert sein. Denn da kann was Größeres kommen im Bereich ab Mittwochabend bis zum Samstagmittag, Samstagnachmittag. Da solltet ihr wirklich vorbereitet sein und zumindest die Wetterwarnungen gut im Auge behalten, damit ihr eben keine böse Sturm- oder Orkanüberraschung erleben müsst. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und auch einen schönen Nachmittag und einen schönen Montagabend.